Guten Morgen. Herzlich willkommen heute zur Anfängerstunde Faszien-Yoga. Heute mit der Stefanie und mir, der Marion. Da wir heute die Anfängerstunde oder eine Anfängerstunde haben, möchte ich gerne ein paar Worte erklären zum Faszien-Training, Faszien-Yoga. Wenn man an Faszien-Training denkt, dann denkt man sofort an die Blackroll. Wir haben heute eine Alternative zur Blackroll, auch eine Rolle, eine Faszien-Rolle. Das ist natürlich ein Aspekt, ein Teil vom Faszien-Training, aber es ist nicht alles. Im Faszien-Training gibt es noch mehr Möglichkeiten, die Faszien zu trainieren, zu stimulieren. Da gibt es noch drei weitere. Das Erste ist, was man im Yoga gut kennt. Das ist einfach dieser Facial Stretch, zu deutsch fasziale Dehnung. Das ist im Faszien-Yoga oder im Faszien-Training eine langkettige Dehnung über einen möglichst weiten Bereich und man schmilzt in diese Dehnung hinein. Also so ein genüssliches Dehnen. Das mögen die Faszien sehr gerne. Im Faszien-Training versucht man noch ein bisschen andere Winkel hineinzubringen als im regulären Hatha-Yoga. Einfach, dass man so Winkelveränderungen macht, um noch mal ein paar mehr Teilbereiche oder andere Bereiche der Muskel oder des Gewebes zu erreichen. Und dann haben wir noch die Rebound Elasticity. Rebound Elasticity hört sich toll an, finde ich. Das ist dieser Katapult-Effekt. Also wie wir es vom Tierreich kennen, von den Kängurus, Fröschen, von der Katze. Katzen machen das ganz gerne, dass die sich erst mal in Vorspannung bringen, also so aufdehnen und dann wegspringen. Und das läuft alles über die Faszien. Das läuft nicht so sehr über die Muskeln, die haben ja auch nicht so riesige Muskeln, sondern das läuft alles über die Faszien. Also das kann man stimulieren durch federnde, schwingende, hüpfende Bewegung, um hier so diesen Katapult-Effekt, vielleicht nicht wie beim Känguru, aber doch spürbar zu erzielen. Und dann haben wir noch einen Bereich, das ist ein sehr feiner Bereich, das ist das Fluid Refinement. Und beim Fluid Refinement, da geht es um so eine ganz genaue, feine Körperwahrnehmung. Das heißt, man macht ganz feine, kleine Bewegungen, wie zum Beispiel in der Katze. Also dass man in der Katze sich noch mal so ganz klein bewegt und dreht, um die Körperwahrnehmung, man nennt das auch Propriozeption, zu schulen. Das heißt, so diese feine Wahrnehmung vom eigenen Körper. Aber wir werden halt die Stunde, die Yoga-Stunde, aufteilen in zwei Bereiche. Das eine, das ist eher ein Yoga-Bereich, wo wir klassische Yoga-Übungen machen, die wir abwandeln, nochmal spezieller für die Faszien. Und der zweite Teil, brauchen wir Tools dazu für das Facial Release. Wir rollen heute auch aus. Wenn ihr eine Rolle daheim habt, ist es super. Wenn ihr keine daheim habt, dann ein Nudelholz, wir werden beides zeigen. Oder eine PET-Flasche, eine Flasche mit Wasser drin, das geht auch. Genau, und einen Ball braucht man noch. Entweder so einen Flummi-Ball, wenn man Kinder daheim hat. Die haben das oft, aber nicht so ein kleiner, sondern ein bisschen größerer. Oder ein Golfball. Es geht aber auch ein Tennisball, wenn ihr einen Tennisball daheim habt. Okay, dann verlieren wir keine Zeit mehr, sondern wir starten. Genau, das habe ich noch dabei. Genau, das habe ich extra mitgenommen. Ich zeige es euch noch, bevor ich es wieder mit nach Hause nehme. Das kenne ich von den Papayas. Genau, das ist auch von der Papaya. Gibt es auch bei Weinflaschen. Kann man ein gutes Faszien nicht sehen. Also so ist der ganze Körper eingehüllt und durchzogen. Und das ist schön elastisch. Und wenn man hier zieht, dann überträgt es auch auf andere Bereiche. Aber wenn es verklebt ist, dann kann man auch sehen, es hat auch Auswirkungen auf andere Bereiche im Körper. Also das zieht nach hinten weg. Und es kann auch sein, wenn du hier verklebt bist, dass du Schmerzen hast, vielleicht in den Schultern. Genau, also das Faszienprinzip ist ein Prinzip auch von Zug, also von Zug und von Spannung. Genau. Wir beginnen in einem bequemen Sitz. Schau mal, dass du gut aufgerichtet sitzt. Und jetzt gerne nochmal hier die Sitzbeinhöcker in den Boden. Gerne die Schultern nach oben und nach hinten rollen. Und der Scheitel, der zieht nach oben. Stell dir gerne nochmal dieses fasziale Netz vor, wie sich das ausbreitet und aufdehnt im Sitz. Und dann nimm wahr, wie sich dieser Sitz im Moment für dich anfühlt, ohne zu beurteilen, sondern einfach wahrzunehmen. Und dann nimm dir hier noch ein paar Momente. Vielleicht atme auch nochmal tiefer. Lass den Atem etwas tiefer werden. Aber bring Gleichmäßigkeit in die Atmung. Und vielleicht magst du dich mit jeder Einatmung aufspannen, nach oben ziehen und mit jeder Ausatmung die Schultern nach hinten rollen und dich ganz gut mit dem Boden verbinden. Gönn dir noch eine tiefe Ein- und Ausatmung. Und dann lass langsam dein Kinn Richtung Brust sinken. Und lass langsam den Rücken sich nach hinten wölben. Jetzt bring hier so eine ganz kleine Bewegung hinein. Links und rechts schaukeln. Der Kopf ist ganz locker und entspannt. Und dann schieb dich nochmal so richtig nach hinten weg. Du kannst mit den Händen die Knie greifen und den Rücken nach hinten wegschieben. Dein Kinn Richtung Brust. Und jetzt hab dein Fokus in deinem Brustbein. Und jetzt beweg dich mehr nach links, um dann dein Brustbein über links anzuheben und zu kreisen. Du kreist nach vorne, hebst dein Brustbein nach vorne weg und kreist über deine rechte Seite wieder nach hinten. Und mach diese Bewegung ruhig ganz langsam und ganz genüsslich. Ein paar weite Kreise. Deinen Kopf ruhig sanft mitnehmen. Und spüren in den Körper hinein. Spüren, wo bin ich denn heute schon gedehnt und wo braucht es denn vielleicht noch etwas Dehnung, etwas Weite. Und gerne mal in die andere Richtung wechseln. Und wieder große Bewegungen. Gönn dir ruhig noch zwei Kreise. Und dann komm im Sitz wieder an. Und jetzt lässt du dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter sinken. Löst deine linke Hand und schiebst die linke Hand nach links rüber. Ruhig die Hand flexen. Und gerne jetzt deine rechte Hand heben und die auf den Kopf legen. Vielleicht sogar aufs Ohr. Du musst gar nicht so fest ziehen. Allein dadurch, dass du die Hand drauflegst und keine Muskelspannung im Arm hast, sondern den einfach so nach unten sinken lässt, spürst du vielleicht schon eine Dehnung im Nackenbereich, auf der Seite. Und jetzt gerne hier den Kopf so ein bisschen bewegen. Wir erforschen wieder. Das Kinn so ein bisschen nach oben bringen. Und dann wieder nach unten. Vielleicht magst du deinen linken Arm auch ändern. Wenn du den ein bisschen weiter anhebst, ändert sich was. Gerüche etwas auf Entdeckertour. Und wenn du einen Bereich hast, wo du merkst, oh ja, da merke ich das ganz deutlich, dann bleib einen Moment dort. Dann lös auf. Linke Hand geht wieder zurück. Jetzt kommt die rechte Hand wieder auf den Boden zurück. Und jetzt wechselst du einfach die Seite. Linke, linkes Ohr Richtung linker Schulter. Und jetzt hebst du erst deine rechte Hand an. Schiebst die rechte Hand von dir weg. Flext gern die Hand. Und jetzt legst du deine rechte Hand, deine linke Hand, linke Hand aufs rechte Ohr gern. Und hier merke ich es deutlich. Und gerne wieder hier so kleine Bewegungen hineinbringen, indem du den Kopf etwas drehst oder den Arm etwas sinken lässt nach unten. und gerne in einer Position bleiben. Wenn du eine für dich spannende Position gefunden hast, die es zum Verweilen lohnt, dann bleib ruhig im Moment. und dann löst langsam auf. Nimm deine linke Hand, deine rechte Hand nach unten. Komm in den Vierfußstand. Und jetzt nimmst du im Vierfußstand deine Hände nach hinten. Das heißt, die Fingerspitzen, die zeigen zu dir heran. Die Hände sind ungefähr, also die Handgelenke unter der Schulter. Und dann kommst du mit deinem Po langsam zurück. So, dass sich deine Hände nicht heben vom Boden. Schau mal, dass du die Handflächen am Boden hast. Und jetzt gern auch hier wieder so eine Bewegung mit dem Po hineinbringen. Nach links und rechts und ganz sanft. Schau hier, dass du da wirklich ganz behutsam bist. Also gerade hier in dem Bereich, in dem wir dehnen, da ist es oft, also bei manchen Menschen recht zu, da kann es ja sein, dass man dann taube Hände kriegt oder die Hände einschlafen. Genau, gerade auch das Thema Kapal-Tunnel-Syndrom, was ja immer mehr wird, durch das viele am Computer arbeiten mit der Maus. Das ist diese Übung ganz, ganz wertvoll. Genau. Gut, dann löse langsam auf, komm nach vorne. Nimm die Hände wieder zurück. Oh, so gut. Wieder die Hände zurück unter deine Schultern. Wo wir gerade bei der Maus waren. Wir kommen in die Katze. Komm in den Katzenbuckel. Und einatmend in die Kuh. Versuch hier einfach, für dich eine gute Geschwindigkeit zu finden. Und schau mal hier, dass du mit der Aufmerksamkeit in der Wirbelsäule bist. dich wirklich von hinten das Becken einrollst und dich dann bis nach oben in den Katzenbuckel rollst. Und dann wieder in die Gegenrichtung. Gut. Jetzt werden wir ein bisschen spielerisch in der Katze. Du kannst jetzt hier einfach eigene Bewegungen machen. und hier nochmal auf die Reise gehen. Wo braucht mein Körper die Dehnung gerade? Das ist jeder Tag unterschiedlich. Und jeder Körper ist unterschiedlich. Und das darf auch so sein. So richtig genüssliches Strecken regeln in alle Richtungen. Dann komm wieder an im Vierfußstand. die Handgelenke unter die Schultern. Und jetzt streckst du dein rechtes Bein nach hinten. Und jetzt kreuzt du dein rechtes Bein über dein linkes und kommst auf die Außenkante von deinem rechten Fuß. Genau. Und jetzt schieb mal den rechten Fuß in den Boden. Jetzt ist es ein bisschen was auch fürs Gleichgewicht, hauptsächlich für die rechte Flanke. Du wandelst mit deiner rechten Hand nach links vorne. Genau. Und du kannst jetzt entweder hier schau mal wie du deinen linken Arm legst um stabil zu bleiben. Du könntest auch beide Arme ausstrecken nach vorne. Kann dich wirklich so hineinlegen in diese Rundung in deiner rechten Flanke. Versuch deinen rechten Fuß hineinzudrücken. Die Außenkante in den Boden. den Po so nach rechts hinten zu schieben. Aber weg von deinem Fuß und deine Hände wieder weg von deiner rechten Seite. Und jetzt atme schön in deine rechte Flanke hinein und stell dir vor, du ziehst mit der Atmung deine Rippen auseinander. Mach dich hier weit über die Atmung nochmal. Bei dieser Dehnung muss ich dann gleich so an die Katzen denken, wenn sie sich so ins Sofa reinhängen und sich dann so noch mal so richtig müßlich aussehen. Oder in der Sonne, gell? Ja, genau. Das sind die meiste der Mikrobewegungen. Und dann komm langsam zurück. Und wir gehen gleich über zur anderen Seite. Genau. Also ruhig erstmal hier dein Bein strecken und dann dein linkes Bein über dein rechtes strecken. Dann die Außenkante von deinem Fuß, von deinen linken in den Boden hineinschieben und dann gehst du nach rechts rüber zu deiner rechten Seite. Und wenn das etwas wackelig ist mit beiden Händen, dann ruhig deine rechte Hand zu dir her und dich dann hier so hineinlegen. Das geht genauso. Ja, wir können vom Tierreich können wir noch viel lernen. Also die Tiere, die haben sowas meistens nicht so wie wir, so Verschleißerscheinungen und so. Aber das liegt auch viel daran, dass wir einfach auch diese Bewegungen, die wir als Kinder machen, dieses federnde, schwingende, diese ganz abwechslungsreichen Bewegungen nicht mehr machen, je älter wir werden. Dann löse langsam auf. Komm wieder zurück. Und jetzt stellst du deine Zehen wieder auf. Wir haben sie noch nicht aufgestellt. Nicht wieder, du stellst sie jetzt auf und kommst in den nach unten gerichteten Hund. Und im Hund bewegst du dich jetzt. Einfach mal die Knie wechselseitig bewegen. Du baust hier die Verbindung zu den Beinen auf. Schau, wie es deinen Beinen heute geht. Vielleicht bringst du auch so einen federnden Impuls hinein mit deinem Oberkörper. Das geht auch. Das ist auch sehr schön. Schau mal, was dir gerade taugt. Und dann kommst du vom Hund nach vorne in den Stütz. und jetzt lehn dich mal so ein bisschen rüber nach rechts. Genau, mal so ein bisschen nach links. Mal so eine kleine Gewichtsverlagerung. Schau, wie sich das anfühlt. Und komm dann nach unten in die Bauchlage. gern die Knie ablegen. Die Hände unter die Schultern und jetzt kommst du in eine ganz sanfte Cobra. Rollst die Schultern nach hinten. Genau, und beginnst dann hier die Schultern zu kreisen. Wechselseitig. Und die Schultern noch mal aufwecken. Genau. Gut. Dann stell die Zehen auf, schieb den Po nach hinten, zieh den Rücken noch mal lang und dann kommen wir über das Kind mit ausgestreckten Armen noch mal in den Hund. Und über den Hund steigst du nach vorne zwischen die Hände und lässt dich erst mal hängen. Gern die Knie etwas gebeugt. Schau mal, dass du gut aus der Hüfte beugen kannst. Der Po schiebt nach oben und der Kopf, der darf locker nach unten hängen. Baumeln. Jetzt nimmst du deine Hände nach hinten, verzahnst die Finger ineinander und dann streckst du die Arme und lässt die Arme über den Körper nach vorne kommen. Und jetzt gern hier wieder so eine kleine Bewegung. Entweder du bringst eine federnde Bewegung hinein oder du bewegst deinen Oberkörper nach links und rechts. Schau mal hier wieder, was sich gut anfühlt, was sich stimmig anfühlt, was dir auch gut tut. Komm langsam wieder zur Mitte, bring die Hände auf den Boden und jetzt federn wir noch mal so ein bisschen fester und du schiebst dich mit den Händen weg vom Boden und kommst in so ein bisschen ein kräftigeres Wenn die Hände nicht am Boden runterkommen, dann gern die Hände mit den Händen die Ellenbogen greifen, geht auch. Und ruhig den Oberkörper dabei mitbewegen. Genau. Komm zur Mitte, Hände auf den Boden, nimm dein rechtes Bein nach hinten und jetzt hier einen weiten Ausfallschritt. Jetzt schau mal, dass dein Knie über dein Fuß Knöchel ist und deine rechte Ferse nach hinten schiebt. Wenn du weit weg vom Boden bist, dann helfen hier Glötze ganz gut. Genau. Und jetzt beginnst du hier ein Federn hineinzubringen, hier aus der Hüfte nach oben und unten. Das ist wie von Gummi, du stößt diese Bewegung an und die Bewegung geht dann von allein. Wenn du jetzt keinen Block da hast und die Hände sind zu weit weg, dann mach es einfach so. Geht auch. Genau. Ruhig noch ein paar Mal. Diese spritzige Bewegung. Noch eins, zwei und drei. Langsam ausklingen lassen, bring deinen linken Fuß nach hinten, komm ins Brett, in den Stütz nach unten und dann kannst du entweder hier über, also bis kurz vor dem Boden kommen und dann in den aufschauenden Hund oder in die Cobra. Genau. Schau mal hier bei der Stephanie, sieht man es schön, schau, dass du beim aufschauenden Hund die Oberschenkel hebst. Genau. Der Po ist aktiv und dann schiebst du dich nach hinten in den nach unten gerichteten Hund. Und jetzt hier gern noch mal so eine Federbewegung hineinbringen in den ganzen Körper. Brustbein federt nach unten, die Fersen federn nach hinten. Und noch drei Mal. langsam ausklingen lassen. Heb dein linkes, nein, dein rechtes Bein an und zieh deinen rechten Fuß nach vorne. Die andere Seite. Jetzt acht wieder hier, dein Knie über dein Knöchel, die linke Ferse schiebt nach hinten. Genau. Und dann bringst du, du stößt diese Bewegung wieder von oben nach unten. Genau. Und dann geht die Bewegung eigentlich von alleine. Ruhig noch ein paar Mal. Noch eins, zwei und drei. Langsam ausklingen lassen, bring die Hände wieder zum Boden zurück. Zieh deinen rechten Fuß wieder nach hinten und wieder deine eigene Wahl. Komm nach unten und dann entweder in die Cobra oder in den nach oben gerichteten Hund. Und dann schieb dich nochmal zurück in den Hund. Und jetzt gerne nochmal ganz bewusst wechselseitig die Knie beugen und richtig die Ferse nach hinten schieben. mit innen hier nochmal den Fuß aber auch hinten die Achillessehne und dann wieder die Bewegung ausklingen lassen. Heb dein rechtes Bein an, zieh es nach vorne durch und jetzt legst du dein linkes Knie ab. Das Knie geht weit nach hinten. Schau mal, dass du hier das Knie weg ziehst. Jetzt legst du deinen Fuß Rücken ab und kommst nach oben. Jetzt schieb die linke Leiste nach vorne. Schau mal, dass du unten die Rippenbögen zusammen ziehst. Beckenboden ist aktiv, also alle Muskeln zwischen den Beinen. Dann hebst du den linken Arm an, gerne die linke Hand flexen und jetzt bringst du hier aus der Leiste heraus diese Bewegung nach vorne und schau mal, dass du nicht kollabierst, also nicht im unteren Rücken, sondern hier im Bauch die Aktivität hältst und die Rippenbögen zusammen ziehst. Genau, du stößt diese Bewegung einmal an und dann geht sie wie von allein. Gut, noch eins, zwei und drei. Zieh den Arm nochmal zurück, versuch hier nochmal ganz aktiv zu sein. Gut, dann nimmst du die linke Hand auf den Boden. Wenn das für dich vom Knie her geht, komm auf die Außenkante von deinem rechten Fuß und jetzt nimmst du den rechten Arm nach hinten und legst dich hier nochmal schön hinein, richtig aufdrehen den Oberkörper. Genau, und atme nochmal in den Brustkorb hinein, versuch nicht in der Schulter zu kollabieren, sondern dich richtig hoch zu schieben. Einen tiefen Atemzug und dann komm zur Mitte zurück, bring die rechte Hand auf den Boden, bring die Zehenspitzen wieder auf die Matte, heb dein Knie an, bring deinen rechten Fuß nach hinten und dann komm nach unten, wieder aufschauender Hund oder in die Cobra. Dann komm nach hinten, in den nach unten gerichteten Hund und bring gleich das linke Bein nach vorne, leg dein rechtes Knie ab und jetzt versuch wirklich das Knie weit nach hinten zu schieben, dein Knie abzulegen, den Fußrücken abzulegen und dann kommst du hoch, gern die linke Hand am Knie und jetzt wieder ganz wichtig, Beckenboden aktiv, Rippenbögen ziehen zusammen, Leiste, die darfst du nach vorne ziehen, du sinkst nach unten, aber verlierst hier die Aktivität nicht, zur Liebe unseres unteren Rückens, dann nimm deinen rechten Arm nach oben, die Hand ist geflext und jetzt beginnst du hier wieder diese Federbewegung, genau, also du stößt wieder an und dann geht die Bewegung wie von alleine, noch ein paar Mal ist das schön, wenn die Sonne wieder da ist, echt einen schönen Platz und noch eins, zwei und drei lass die Hand wieder nach unten kommen, komm auf die Außenkante von deinem linken Fuß, wenn du Knieprobleme hast, bleib auf deinem Fuß und jetzt schieb dich hier lang, also wirklich die Wirbelsäule in die Länge ziehen und dann bring deinen Arm nach hinten und leg dich schön hinein in diese Haltung, du darfst hier den Brustkorb Richtung Decke öffnen und die rechte Leiste darf nach unten sinken nach unten Richtung Boden Atme nochmal zwei tiefe Atemzüge in den Brustkorb hinein Nochmal einen tief und dann roll langsam zurück auf deinen Fuß nimm die Hand auf den Boden stell deine Zehen auf und dann kommst du nach vorne nimm die Füße ein bisschen weiter und dann komm nach unten in die Hocke Wirbelsäule lang Handflächen aneinander genau und jetzt beginne ich hier auch so ein bisschen zu federn oder dich zu bewegen in der Hocke nochmal du kannst ja gerne mal so vielleicht von einem Fuß abheben auf den anderen kommen spielerisch genau und bring die Hände auf den Boden komm nach oben roll dich hoch wir brauchen jetzt den Ball den kleinen Ball genau und leg den einfach vor dich hin wir rollen jetzt die Plantar Faszie aus das ist eine relativ dicke Faszie am Fuß unten und diese ganzen Faszien Linien es gibt mehrere Faszien Linien die also Gewebe was miteinander verbunden ist die laufen auch in den Fußsohlen alle zusammen bis auf die Armlinien genau also die vordere rückwärtige die seitlichen die spiralförmigen also hier ruhig nochmal schön ausrollen den ganzen Fuß ausrollen und von von der Denkweise so wie ich es vorhin erklärt habe also man kann auch wenn man im Fuß Verklebungen hat kann sich das wirklich hochziehen zu den Schultern oder bis zum Kopf dass man Kopfschmerzen bekommt also bei den Faszien muss man immer weit denken und auch so ein bisschen Try and Arrow ich probiere aus und schauen was das hilft mir hilft auch immer das Bild von einem Spinnennetz da kann man das ganz gut sehen wenn man irgendwo zupft dass das im ganzen Spinnennetz spürbar wird ja stimmt oder im Trampolin wenn einer drauf springt dann wechselt zur anderen Seite rüber und ruhig wenn du merkst oh ja puh da ist ein Punkt bleib drauf manchmal wird es da immer richtig heiß wenn man den neuralgischen Punkt erwischt also was wir machen mit dem Rollen also wir rollen diese Faszienschichten so gegeneinander um Verklebungen zu lösen aber wir haben auch ganz viel Druck also was wir ausüben und durch diesen Druck bringt man auch Flüssigkeit in Bewegung das heißt wenn man hier an den Punkten wo wir drücken da quetscht die Flüssigkeit heraus und das sind auch Stoffwechsel Abfallprodukte also es kann durchaus sein dass einem danach dass man sich vielleicht auch mal hinlegen muss oder so dass man das Gefühl hat oder ist irgendwas in Bewegung gekommen deswegen lass das ruhig zu wenn du danach Pause brauchst und ganz viel trinken genau deswegen kann es sein dass einem auch manchmal heiß wird dann langsam den Ball zur Seite bringen und dann brauchen wir du hast einen Punkt entdeckt du willst den noch gar nicht weglegen das tut manchmal wirklich super gut finde ich gerade jetzt im Winter wo man die Füße so oft in den Schuhen hat wir brauchen entweder das Nudelholz oder die Rolle und wir fangen an unten an den Waden also die Stephanie darf also hier genau also die unten entweder so genau und dann erstmal ganz langsam von unten nach oben rollen wenn du die Nudelrolle hast legst du dich auf den Rücken und rollst erstmal ganz langsam von oben nach unten dann hat man auch noch die Bauchmuskulatur dabei lass dir Zeit auch hier ruhig ein bisschen experimentieren man kann auch nichts falsch machen genau und wenn du unten bist dann darfst du schneller rollen also schneller nach vorne und hinten intensiv ja gerade wenn man es noch nicht so oft gemacht hat kann das schon auch das unterschätzen auch wie verspannt die Waden aufzüllen ja das stimmt gut lösen die andere Seite Bein nach oben genau meine Stefanie genau jetzt die andere Seite und jetzt hier von oben nach unten ganz langsam super für den Bauch hier ja auch super für die Arme hier und dann schneller rollen wenn du einmal langsam gerollt hast ich hoffe ihr spürt auch alles ihr dürft das dann gerne reinschreiben was ihr für Erlebnisse hattet was ihr hergenommen habt seid ruhig auch erfinderisch ja lösen ah ah wir jetzt richtig heiß jetzt ja wir sitzen auch jetzt hier schön an der Sonne so wir gehen jetzt an unten an die Schienenbeine das heißt du darfst dich drauf knien also die Rolle unterhalb von den Knien genau und wer die Rolle hat also die Nudelholz danke der darf einfach hier mal erstmal von oben nach unten rollen erstmal langsam abtasten auch sehr intensiv weil wir da wenig Körperfett haben ja und dann schneller aber du kannst hier mit der Rolle finde ich auch gut nochmal so variieren so die Seiten auch ein bisschen besser ausrollen mit Nudelholz das ist natürlich schon sehr hart wenn man nur da auf dem Knochen ist genau gut dann langsam lösen und jetzt kommen die Oberschenkel dran genau also du darfst dich hier drauf setzen genau und dann kann man schön nach vorne und hinten rollen und wir machen das im Stand also erstmal langsam vom Po weg genau vom Po weg nach unten hier also auch da probiere einfach aus wie es für dich am besten funktioniert vielleicht mit einem Bein oder vielleicht nimmst du zwei Beine also wirklich hier so ein bisschen schauen hier hier kann man auch schön wieder variieren auch hier die Seiten ein bisschen mit reinnehmen mit dem Nudelholz gerne noch und dann langsam zum Ende kommen eines haben wir noch das IT Band das IT Band genau an der Seite das ist bei den meisten ganz wichtig das IT Band das ist bei meisten bei vielen aber es ist recht angespannt das tut ziemlich weh bei vielen beim Ausrollen genau also da ganz behutsam sein mit dem Nudelholz so in das Dreieck gehen linker Fuß nach vorne rechter nach rechter ist parallel zur matten Seite und jetzt hier von oben nach unten ich weiß was du meinst Marion da merkt man auch es wird höchste Zeit diesen Bereich auszurollen wenn du unten bist dann schneller sobald schneller geht mit der Rolle sehr intensiv meistens mit dem Nudelholz kannst du hier gut nochmal die Stärke variieren selber also auch umso mehr es weh tut umso nötiger wenn du das regelmäßig machst wird es auch tatsächlich weniger das kannst richtig beobachten ja das stimmt also langsam darfst du die Seite wechseln genau und ich drehe jetzt einfach hier die Füße andersrum also Faszientraining man soll immer so zwei Tage Pause machen also bei einem Körperteil du kannst natürlich jeden Tag unterschiedliche Körperteile machen und bei so Verklebungen wenn man welche hat dann dauert das so circa mindestens ein paar Wochen also man sagt so drei Monate bis das dann wieder gut ist bis das wirklich regeneriert ist wenn du Verklebung hast da zählt natürlich auch die Regermäßigkeit ja hier kann man mit der mit dem Nudelholz also ein bisschen weiter nach innen und hier Richtung Po noch mal arbeiten genau macht gleichzeitig auch schöne Beine für den Sommer ja Cellulite hat keine Chance ja leider stimmt es nicht so ganz also es hilft schon aber das Frauengewebe ist ein bisschen anders aufgebaut wie das Männergewebe lass uns doch glauben ja aber es wird wunderschön ja es wird wunderschön gut komm langsam in die Rückenlage roll dich nach hinten wir brauchen wir brauchen nichts mehr außer uns selber wir gehen als Abschluss nochmal in die Schulterbrücke um hier den Brustbereich nochmal so ein bisschen aufzudehnen verzahnen die Finger ineinander schieb die Arme in den Boden hinein schieb deine Leisten Richtung Decke hin die Fußgewebe an und versuch dich richtig hoch zu schieben hinterkopf drückt sanft in den Boden und dann noch mal tief atmen in den Brustkorb hinein und dann noch drei vier Atemzüge und dann langsam lösen bis deine Hände roll dich Wirbel für Wirbel nach unten nimm die Knie nach links und dann lass die Knie noch mal zur rechten Seite sinken dehne dich hier noch mal seitlich auf und dann streck dich auf dem Boden aus gönn dir hier noch mal eine kurze Endentspannung jeder Körper ist unterschiedlich also es hat nicht nur mit Mann und Frau das Bindegewebe zu tun sondern auch mit jedem Individuum wie man wie das Bindegewebe geschaffen ist aber es lohnt sich auf alle Fälle nicht nur wegen dem Äußeren sich mit dem Bindegewebe auseinander zu setzen das lohnt sich auch aber auch wegen dem inneren Wohlbefinden und auch und auch wegen der Gesundheit dass wir dass wir lang flexibel bleiben und einfach auch im späteren oder im höheren Alter uns noch gut bewegen können uns noch guter körperlicher Gesundheit zu erfreuen wenn wir noch einen moment in der rückenlage gerne auch noch mal oder bleib gerne auch noch mal länger liegen wenn du hier noch mal liegen bleiben möchtest ansonsten richte dich langsam auf komm in einen aufrechten Sitz deiner Wahl stell dir gern noch mal vor wie du aufrecht sitzt wie sich dein Fasziennetz hier schön aufspannen kann in deinen aufrechten Sitz spür auch noch mal wie sich das anfühlt vielleicht auch im vergleich zum Anfang der Stunde dann lass deine Hände noch mal vor die Brust kommen nimm dein Kinn heran Richtung Brust und dann nimmst du deine Daumen an die Mitte der Stirn Ich verbeuge mich vor dem Ort in dir an dem der ganze Kosmos wohnt Ich verbeuge mich vor dem Ort der Liebe des Lichtes des Friedens der Wahrheit und der Weisheit in dir Ich verbeuge mich vor dem Ort wo wenn du an diesem Ort bist und ich an diesem Ort in mir bin es nur das eine von mir gibt Namaste So wie das Fasziennetz unseren Körper verbindet so ist alles im Leben miteinander verbunden Namaste Danke euch fürs Mitmachen Danke dir fürs Mitmachen Ich Ich hoffe ihr fühlt euch gut und bereit für ein unglaublich schönes Wochenende Ich Tschüss Ich Ich hole es hole hole Untertitelung des ZDF, 2020